Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Es ist mal wieder an der Zeit, denn es ist drei Monate her, dass unser letztes Top 5 Shisha Tabak Sorten Video online kam und deswegen reden wir heute mal drüber, ob sich da was getan hat und wenn ja was. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder, wie gesagt, heute unser Top 5 Lieblingssorten Video. Wir quatschen mal drüber, was wir im Moment so am liebsten rauchen, was am besten geht und was uns am meisten schmeckt und ich würde sagen, wir labern nicht lange rum, wir fangen auch direkt mit Warrens Platz Nummer 5 an. Platz Nummer 5 unserer Lieblings Tabak Sorten, erstmal von mir, ist auf jeden Fall der Cavalier bzw. CV Gaza. Ihr habt eine Blaubeere Lychee mit einer Menthol Note dabei und ja, ich muss auch einfach sagen, es ist immer noch einer der wenigen Tabak Sorten, die ich wirklich jeden Tag rauchen kann, die ich jeden Tag im Kopf haben kann und das mir auf jeden Fall nicht zu viel wird. Das ist auf jeden Fall für mich ein Anlass, den auf Platz Nummer 5 zu packen, weil er auf jeden Fall sehr gut ist und umgesetzt ist. Auch für mich ist der Cavalier Gaza auf jeden Fall ein brutal guter Tabak. Er hat es leider nicht ganz in die Top 5 geschafft, dafür ist er mir ein kleines bisschen zu parfümig und intensiv. Diese Lychee Blaubeere, die da drin ist, ist wirklich schon heftig, also deswegen könnte ich es jetzt nicht jeden Tag rauchen, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum der Warren das auf seinen Platz 5 gepackt hat. So, dann mache ich weiter mit meinem Platz 5 und das ist der Pulp Fiction von X-Racher. Ein Erdbeere- und Himbeertabak mit Eisnote versetzt. Ich muss sagen, unglaublich lecker. Ich war sehr, sehr überrascht. Ich habe den auf dem Tasting im Wolke 7, da ist es, im Wolke 7 Laden beim Jakob probiert und musste mir auch direkt eine Dose holen, weil es einfach unglaublich lecker war. Ich wusste erst nicht, was drin sein soll. Ich habe eine Erdbeere rausgeschmeckt mit einer ordentlichen Eisnote, war sofort begeistert, habe dann noch festgestellt, okay, da soll noch Himbeere drin sein. Die geht zwar ein bisschen unter, was eigentlich eher ein Negativpunkt wäre, aber ich finde ihn trotzdem so brutal lecker, dass es einfach ein verdienter fünfter Platz ist. Der X-Racher Pulp Fiction ist auf jeden Fall ein brutal geiler Tabak. Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass der bei dir auf Platz Nummer 5 gelandet ist. Bei mir hat er es allerdings nicht ganz geschafft, einfach aus dem Grund, dass er, es ist nicht schlecht, sondern er ist einfach, ich habe ihn zu wenig geraucht. Es ist einfach, es ist ein sehr, sehr geiler Tabak und er verdient auch den Platz Nummer 5. Allerdings habe ich den jetzt das erste Mal geraucht, beziehungsweise die ersten drei Male und deswegen, da kann sich noch keine Liebe entwickeln so wirklich. Aber ich denke mal, vielleicht in den nächsten Videos oder so, könnte sich da auf jeden Fall was ändern. Platz Nummer 4 bei mir ist der 187 Hamburg. Es ist ein Weitbeerenmix mit einer guten Mentholnote. Gefällt mir ziemlich gut. Mittlerweile auch schon zwei oder sogar drei Dosen davon weggeraucht und ich mag ihn von Tag zu Tag mehr. Deshalb auf Platz Nummer 4. Ja, der 187 Hamburg, auf jeden Fall ein brutaler Tabak. Ich finde ihn auch unglaublich lecker. Ich muss nur einfach sagen, ich kann ihn jetzt nicht so oft rauchen, dass ich sagen würde, okay, der muss auf jeden Fall in meine Top 5. Aber ich kann eigentlich nichts Negatives über den Tabak sagen. Deswegen auf jeden Fall solide Entscheidung für den vierten Platz in der Top 5. Mein Platz Nummer 4. Ich denke, der wohl meistgerauchteste Shisha Tabak weltweit und eine der traditionsreichesten Sorten, die es so gibt. Ein Doppelapfel, aber welcher genau? Der von Savu. Der Savu Tuana, für mich einfach ein absolutes Brett. Vielen ist er viel zu intensiv. Ich feiere ihn einfach brutal. Ich finde diese kranke Anisnote in dem Tabak einfach so geil. Und die Doppelapfelnote ist einfach absolut brutal. Wenn ihr den raucht und ihr dem ein bisschen Hitze gebt, dann merkt ihr einfach förmlich, wie eure Zungenspitze langsam taub wird. Und ich feiere es einfach brutal. Ich liebe Doppelapfel und das ist für mich mit Abstand der beste, den man in Deutschland kaufen kann. Und Savu Tuana auf Platz Nummer 4. Ich kann es eigentlich absolut verstehen, dass du ihn bei dir auf die Top 4 gepackt hast. Ich rauche persönlich gar nicht so viel Doppelapfel, aber wenn es dann mal Doppelapfel sein soll, dann kann ich auf jeden Fall vollstens verstehen, dass du auf den Savu zurückreifst. Weil es ist ein sehr, sehr guter Tabak. Ist super umgesetzt. Schmeckt unheimlich gut. Wir wollten eigentlich darüber ein Review drehen und ehe wir das Review drehen konnten, war der auch schon leer. Von daher, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ist ein sehr, sehr guter Doppelapfel und verdient er Platz Nummer 4. Kommen wir zum Platz Nummer 3 und da verbirgt sich ein Tabak, der jetzt erst bald auf den Markt kommt. Und da handelt es sich um den Darkside Generous Raspberry. Es ist ein Himbeertabak, aber es ist halt einfach ein Darkblend Himbeertabak. Diese Himbeernote ist einfach unheimlich gut getroffen. Ich habe den das erste Mal auf der Messe geraucht und dachte mir so, holy shit, davon musst du dir auf jeden Fall was kaufen. Bin dann auch direkt zum Stand gelaufen und habe mir da auch Tabak geholt. Und ich glaube es sind sogar von uns beiden drei oder vier Dosen bzw. Packungen geholt. Also ich habe auf jeden Fall zwei direkt geholt. Ich konnte nicht widerstehen. Und das ist einfach ein unheimlich geiler Tabak. Es ist auf jeden Fall definitiv nichts für jedermann. Weil ich meine Darkblend und so, es ist auf jeden Fall schon irgendwie ein kleines, ja, ist schon ein kleines bisschen härter als normaler Tabak. Ja genau, gerade wir haben den auch noch in Core gekauft, nicht in der Base-Version. Aber genauso mögen wir es. Wir mögen es einfach, wenn der mal richtig gut ballert und das kann er auf jeden Fall. Mein Platz 3 ist exakt der gleiche. Ich habe da auch den Genesse Raspberry von Darkside hingepackt. Einfach einer der wenigen abnormal guten Raspberry bzw. Himbeer-Tabak-Sorten, die es so auf dem Markt gibt. Wie der Warren schon gesagt hat, wir haben ihn in der Core-Variante geholt. Ist jetzt eher was, wenn man wahrscheinlich schon einen Ticken länger Shisha raucht. Wenn ihr noch nicht so lange raucht, dann holt euch lieber die Base oder versucht eine der anderen Sorten, die wir so in der Top 5 haben. Weil der in der Core-Variante ist auf jeden Fall schon ordentlich stark. Also ungeübte Raucher könnten da definitiv den einen oder anderen heftigen Nikotin-Flash bekommen. Aber wer ihn rauchen kann, er ist es auf jeden Fall wert. Ein unglaublich leckerer Himbeer-Tabak. Kommen wir zum Platz Nummer 2. Und ja, ihr habt es auf jeden Fall schon öfter in meinen Streams gesehen. Ihr könnt es euch eigentlich mittlerweile auch schon fast denken. Es handelt sich um einen Holster-Eiskaktus. Ihr habt eine Kaktusnote und halt eben einfach eine Eisnote. Das ist es auch einfach. Aber es ist einfach was Außergewöhnliches. Ich habe das so noch nie geraucht. Es soll so gehen in diese Kaktus-prickelnde Eis-Variante. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Spiegelt das auch gut wieder. Und für mich ein verdienter Platz Nummer 2. Auch für mich ist auf Platz 2 der Holster-Eiskaktus. Wie der Warren schon gesagt hat, soll das genauso schmecken wie dieses typische Kaktus-Eis, als dass so viele von uns früher am Badesee oder im Schwimmbad gegessen haben. Und ich finde, es kommt erstaunlich nah ran. Ich muss noch dazu sagen, am Anfang war ich irgendwie gar nicht so begeistert von dem Tabak. Also die ersten paar Köpfe, die ich davon geraucht habe, waren eher so, hm, ja, ist ganz nett, aber weiß ich nicht. Und dann war die Dose irgendwie trotzdem nach zwei Tagen leer. Und ich habe sofort eine nächste gewollt. Und habe mir dann auch sofort die nächste geholt und konnte nicht mehr aufhören. Und seit ich das angefangen habe, habe ich ihn eigentlich immer daheim, wann auch immer es geht. Und ich rauche ihn super, super oft, wie viele von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, die regelmäßig in den Streams sind. Ja, einfach ein brutal guter Tabak. Es schmeckt sehr, sehr lecker nach diesem Kaktus-Eis. Natürlich nicht eins zu eins, aber kommt schon ziemlich nah ran. Und nein, ihr habt keine bitte in der Note auf der Zunge, aber trotzdem ein extrem leckerer Tabak. Kommen wir zum Platz Nummer 1. Und da ist ein Tabak, der hat es auf jeden Fall verdient. Etliche Kilos davon sind mittlerweile schon bei uns da gewesen und auch verraucht worden. Es ist unheimlich geil, er schmeckt unheimlich intensiv. Ja, er ist manchmal vielleicht ein Ticken zu feucht, aber das kann man ihm einfach verzeihen, weil er einfach einen sehr geilen Schnitt hat. Man kann mit dem super einen Kopf bauen, ohne ihn irgendwie noch nachschneiden zu müssen oder ähnliches. Von daher auf Platz Nummer 1 definitiv verdient, weil er so unheimlich geil ist und so oft geraucht wird. Ja, wie der Boron schon gesagt hat, ein unglaublich intensiver, leckerer Tabak auf unserem Platz 1. Wie der Boron schon gesagt hat, leider manchmal ein kleines bisschen zu feucht, aber ich habe gehört, die Jungs, die den herstellen, sind schon dran. Einfach ein absolutes Brett, das jeden Tag geht, das definitiv eine eigene Pfeife verdient hat. Also wer den nicht auf eine Pfeife einraucht, da weiß ich auch nicht, was ihr dafür nehmt. Ihr wollt wahrscheinlich wissen, was es ist. Und viele werden sich fragen, ist es noch der Tabak, der es auch beim letzten Mal war? Und ich glaube auch beim vorletzten Mal war, ja, es ist immer noch der Black Nana von Nameless. Ein verdienter Platz 1, ein unglaublich leckerer, schwarzer Traube-Tabak mit einer schönen Pfefferminze am Start. Einfach ein absolutes Brett und deswegen von uns beiden definitiv der Platz 1. Ja, das soll es dann gewesen sein mit unserer Top 5. Wie immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Wenn das so sein sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da. In drei Monaten kommt dann das nächste Top 5 Video und dann schauen wir mal, ob der Black Nana sich immer noch auf Platz 1 halten kann. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG. Ciao!